Ist der derzeitige Bitcoin-Pump möglicherweise nur eine Farce und uns droht wirklich noch ein richtiger Crash? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video mal etwas genauer anschauen und zwar ist es diese Woche im Livestream mal kurz zum Thema geworden. Ob ich möglicherweise denke, dass wir Bitcoin nochmal bei 18.000 US-Dollar sehen, gehen wir jetzt in den Bullrun und das werden wir uns heute nochmal ein bisschen vergleicht zu 2018, 2019, 2020 mal ein bisschen genauer angucken, mal so ein bisschen die Chartvergleiche anschauen und warum ich glaube ab einem gewissen Level, dass wir nicht mehr auf jeden Fall die 12.000 US-Dollar sehen werden und ob wir bereits in einem Bullrun sind. Auf jeden Fall, das werden wir uns jetzt im heutigen Video anschauen. Like da lassen, Abo da lassen, auf jeden Fall schon mal gerne, natürlich auch gerne die Glocke aktivieren und eure Meinung unten gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt. Sind wir momentan in einem Bullrun? Startet der Bullrun erst noch oder wartet ihr alle aufs Halving? Und wie geht ihr momentan vor? Würde mich gerne mal eure Meinung interessieren und wir starten jetzt direkt rein in das Video. Bitcoin hat diese Woche oder dieses Jahr besser gesagt eine enorme Performance hingelegt. Wir können uns nicht beklagen, nach jetzigem Stand befinden wir uns 128% im Plus gegenüber des Jahresanfangs. Natürlich werden dann die Schreie immer lauter, wir sind in einem Bullrun, der Bullrun startet jetzt, man sieht es auf YouTube, man sieht es in den News, Bild-Zeitung hält sich noch ein bisschen zurück, also es ist noch kein Verkaufssignal da, aber trotzdem, die News werden immer bullischer, ein ETF steht vor der Tür, es werden immer mehr Bitcoin gekauft, es werden mehr Bitcoin von den Börsen abgezogen, MicroStrategy kauft in Form von Michael Saylor und BlackRock steht hinten dran. Natürlich werden die Rufe dann immer lauter, ja wir stehen jetzt hier kurz vor einem Bullrun etc. pp. gehe ich auch alles grundsätzlich mit. Ich habe ja Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres ein Video hochgeladen, dass meine Prognose, wenn wir die 31.800 US-Dollar knacken sollten, dass es jetzt passiert auf Weekly, auf Daily, auf Monthly Sicht, also alles schön und gut, dass wir dann in Richtung 48.000 bis 52.000 US-Dollar steigen könnten, weil dort unser Golden Pocket von unserem All-Time-High bis zu unserem Tief einfach liegt. Das war meine komplett bullische Prognose für das Jahr 2023 und die steht auch weiterhin vor allem jetzt eben mit diesem Bullish Close, mit dem ETF, den wir im Nacken haben, habe ich mich vielleicht zu Anfang des Jahres schön verbrannt, bei vielen, die gemeinten, ah niemals und sowas. So ein Jahr zieht sich lange und momentan habe ich hier erst einmal ein bisschen Recht behalten. Jetzt ist das Jahr aber noch nicht rum. Die Preise, wie gesagt, von 48.000 bis 52.000 sind auf jeden Fall noch drin, heißt das aber, dass wir uns wirklich in einem Bullrun befinden. Und hierzu möchte ich mal auf diesen BLX-Schatten ein bisschen so den Vergleich ziehen und auch nochmal auf ein paar News eingehen. Und ihr seht hier unten schon, ich habe hier so eine kleine blaue Linie, das machen wir mal ganz kurz weg. Und zwar habe ich die, die Binance Unbekannte genannt. Und zwar Anfang des Jahres, zum Jahreswechsel oder im neuen Jahr, ist der Bitcoin-Preis, wenn wir jetzt charttechnisch das rangehen mit einem doppelten Boden, impulsiv nach oben hingegangen, weil angeblich Binance mit Fake BUSD, BUSD wird ja dann langsam eingestellt, wird es ja dann irgendwann, glaube ich, nicht mehr geben, soviel ich weiß. Und da steht Binance in Verdacht, den Kurs hier so ab 18.000 US-Dollar komplett nach oben hin gepumpt zu haben, diese Fake-Bewegung eingeleitet zu haben und damit den Startschuss für eine Rallye, die wir jetzt seit einigen Monaten haben, einzuleiten. Und genau das ist eben die große Unbekannte. Diese 18.000 US-Dollar bin ich auch derzeit noch ein bisschen akkord mit, dass wir diese erreichen. Grundsätzlich, und das war das, was wir auch im Livestream besprochen haben, sollten wir wirklich hier oben Richtung 48, 42K gehen, gehe ich nicht davon aus, dass wir unbedingt nochmal die 18K sehen. Warum? Im Bullrun sind immer mal Korrekturen von 30 bis 40% absolut normal. Das ist immer so, daran muss man sich gewöhnen, dass man immer mal 3, 4 große Dumps in einem Bullrun sieht. Wir befinden uns aber technisch gesehen noch nicht in einem Bullrun. Aber wenn wir jetzt hier hochgehen und dann wirklich diesen Abverkauf sehen sollten, muss das schon andere Gründe haben. Und da spielt ein anderer Gedanke auch noch mit. Und das ist einerseits diese Wirtschaftskrise, die seit Jahren, und es geht jetzt wirklich, glaube ich, seit zwei Jahren, ruft jeder gefühlt jede Woche, ja, die Wirtschaftskrise wird noch kommen, wir werden noch riesige Dumps sehen etc. pp. Gehe ich grundsätzlich mit mit dieser Annahme. Und was mich da jetzt auch noch so ein bisschen, und das ist immer diese FED-Zinsentscheide, die wir uns da immer angucken, alle, ich sage jetzt mal 4 bis 6 Wochen, wann die da immer rauskommen. Und interessanterweise gehen ja viele davon aus, sollte die FED ihre Zinsen senken, wird es wahrscheinlich der Wirtschaft schlechter gehen. Momentan steht die Wirtschaft noch perfekt da. Die Arbeitslosenzahlen sind noch in Ordnung. Alles andere, Bruttoinlandsprodukt, explodiert letzten Monat. Also theoretisch stehen wir top da, weltwirtschaftlich. Auch wenn jeder immer schreit, okay, es kommt ein Riesendappen. Und wir haben momentan eben diese Zinsrate von 5,25 bis 5,5%. Und erst Richtung März, und das ist jetzt eben das Interessante, im März, beziehungsweise, jetzt muss ich nochmal aktualisieren, März wird davon ausgegangen, dass die erste Zinssenkung kommt. Januar, gucken wir uns auch nochmal an, geht momentan noch keiner davon aus, dass diese Zinssenkungen kommen. Wir haben das Halving, ich glaube, in 165 Tagen circa. Kommt, glaube ich, im April oder Mai nächsten Jahres. Und da würde es sehr, sehr gut dazu passen, dass möglicherweise wirklich dieser Crash kommt. Und dann möchte ich nochmal, um auf den BLX-Chart ein bisschen zurückzukommen, wir befinden uns hier auf dem Daily-Chart, einfach mal so ein bisschen die Vergangenheit walten lassen. Wie war es im vergangenen Bärenmarkt, den ich persönlich nicht mitgemacht habe, ich bin erst zum Corona-Crash hier eingestiegen. Aber man sagt ja immer, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und genau darauf möchte ich jetzt auch hinaus. Wir hatten unser Bullenmarkt-Top damals bei 19.800 Dollar, sind runterkorrigiert auf 3.000 Dollar, hatten somit auch eine Korrektur, wenn wir uns das mal ganz kurz prozentual angucken, von 83%. Alles schön und gut, für Krypto völlig normal. Der Unterschied, beziehungsweise die Parallelen, die ich hierzu jetzt einfach ziehen will, ist einerseits, wir hatten dann unsere Rallye perfekt in das Golden Pocket hinein. Seht ihr hier, wir sind dann auf 13.800 US-Tollar gestiegen. Danach ging der zweite Teil vom Bärenmarkt weiter, bis zum Halving. Und das ist eben jetzt dieser interessante Aspekt. Danach hatten wir einen Crash, das war der sogenannte Corona-Crash, kann sich jeder daran erinnern, von komischerweise genau 62%. Ihr könnt euch gerade daran erinnern, auf was ich jetzt so hinaus will. Diese 62%, die kennen wir doch irgendwo her. Genau vom Golden Pocket nach unten hin rein. Und komischerweise, und das habe ich hier schon mal eingekringelt, hatten wir einen ziemlich identischen Move, den Binance mit BUSD oder mit Fake BUSD möglicherweise erzeugt hat. Und genau diesen Preisbereich, den ich hier jetzt markiert habe, diese Bewegung, haben wir im Endeffekt genau auch hier drin. Also die Parallelen, die wir einfach zu einem vergangenen Bullrun hatten, könnten sich hier wiederholen. Dass der Markt wirklich noch einmal wirklich runtercrashed, mit der Voraussetzung, wir haben das Halving, jeder ist möglicherweise bullish, wir pumpen jetzt nochmal bis ungefähr 48.000, 52.000 US-Dollar, haben die ETF-News im Nacken, wer weiß, wann dieser ETF gelauncht wird, vielleicht passiert es auch so grob zwischen Januar, März, April rum, wenn dieser ETF gelauncht wird. Die Stimmung ist hyped, die Medien berichten und dann knallt möglicherweise eben diese Wirtschaftskrise rein. Und das könnte genau dazu führen, wir steigen jetzt hier noch ein bisschen hoch, vielleicht bis Anfang des Jahres und sehen wirklich diese 50.000, 52.000 US-Dollar und dann knallt uns eben diese Wirtschaftskrise rein. Wir bringen Liquidität in diesen Fake-BUSD-Pump hinein und legen dann mit dem eigentlichen Bullrun los. Die Parallelen sind wirklich gegeben, prozentual, was den Dump anbelangt, was möglicherweise diesen Pump, diesen ineffizienten Pump, den Binance erzeugt hat an und dann auch diesen Covid-Crash. Natürlich, das war ein Black Swan-Event, es passiert nicht alle Tage, aber eine Wirtschaftskrise, die dann möglicherweise ausgerufen wird, die deutlich reinhämmert, warum soll das nicht Bitcoin auch betreffen? Wir haben dann einen ETF, der jetzt Spot getrieben ist, BlackRock kauft sich ein. Was weiß ich, ganz, ganz viele Institutionen kaufen sich möglicherweise ein, die dann dafür sorgen, diesen ETF vor einem möglichen Hiving nochmal runter zu dumpen, nochmal günstig einzukaufen, vielleicht die BTC wieder zu verkaufen. Wir sind dann in einem interessanten Preisbereich, wie gesagt, das Golden Pocket von unserem All-Time-High wäre hier getroffen und dann kommt der Dump. Das wäre wirklich das bearishste Szenario, ich gehe nicht davon aus, auch wenn das, habe ich auch schon mal öfters drüber gesprochen, diese Bewegung hier unten zwischen 12k haben wir im Endeffekt auch nochmal so einen kleinen Preisbereich hier, der eine Ineffizienz darstellt. Daher kommen auch immer diese 12k-Rufe. Gehe ich derzeit nicht davon aus, vor allem nicht, wenn wir, wie gesagt, hier oben in Richtung 48.000 bis 52.000 US-Dollar gehen. Aber das hier wäre wirklich das aller bearishste Szenario, was ich mir vorstellen könnte. Es würde preislich perfekt zu eben einerseits diesem Boden 2019 passen. Dann dieses Black Swan Event. Es muss nicht ein Black Swan Event sein, vielleicht passiert noch irgendwas kriegstechnisch. Wir wissen es nicht, es geht momentan sehr, sehr viel falsch auf der Welt vor. Wir werden da teilweise mit reingezogen. Es passiert immer mehr nah am Osten. Dann haben wir Ukraine, Russland. Wir haben möglicherweise eine Wirtschaftskrise. Wir haben den Handelskonflikt USA, China, wo es sehr, sehr ruhig geworden ist, was uns aber auch im Endeffekt noch betreffen könnte. Wir sind Exportweltmeister oder waren wir vielleicht mal. Aber das sind alles so Gedanken, die momentan hier einfach mitspielen. Ich will jetzt hier keine Panik verbreiten. Es sind einfach nur Möglichkeiten, auf die ich hier rausgehen möchte, die möglich sind, damit ihr euch darauf vorbereiten könntet. Es heißt nicht, dass ich jetzt sage, hey, wir gehen safe nochmal zu 18k, würde ich niemals behaupten. Es sind Möglichkeiten, ich will euch darauf vorbereiten, interpretiert das Video, wie ihr möchtet. Ich werde mich hier unten positionieren. Keine Frage. Hier unten liegen auch noch Orders, die liegen auch schon lange und die werde ich auch da liegen lassen. Heißt aber nicht, dass ihr jetzt keine Bitcoin mehr kaufen solltet. DCA ist das Wundermittel, sage ich jetzt einfach mal, im Kryptomarkt beziehungsweise auch bei Bitcoin. Kauft wöchentlich, kauft von mir aus täglich, wie ihr das wollt, damit ihr einen besseren Durchschnittskurs. Aber auf solche Kurse zu warten, wir hatten es vorhin erst in der Telegram-Gruppe, als wir hier unten bei 15, 16 waren, wir eingekauft haben, haben viele geschrien, wir gehen runter, safe auf locker 12k. Ist nicht so gekommen, weil der Markt immer das Unwahrscheinlichste meistens macht. Wir sind dann gepumpt, möglicherweise durch Binance, diese ganze Geschichte und sowas. Ich habe leider keinen Artikel mehr gefunden, aber es gab mal einen. Es wäre das Bearishste, was ich mir, wie gesagt, vorstellen könnte. Die Vergleiche sind komischerweise extrem gut. Wie gesagt, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und das würde perfekt in meinen Augen hier passen. Aber um mal auch das Bullische stattzugeben, sollten wir in Richtung 48 bis 52k kommen, wäre es wichtig, wirklich nochmal einen Dump zu sehen. Dann kann ich mir eben diesen Dump in Richtung hier zwischen 30 und 27.000 US-Dollar gut vorstellen. Wir machen ehemaligen Widerstand, den wir hier explizit in dieser Range hatten. Das zeichne ich euch nochmal ganz kurz ein. Also dieser Preisbereich, wo wir lange akkumuliert haben, könnte dann hierzu führen, dass wir ihn nochmal bestätigen und dann bereits in einen möglichen Bullrun nächstes Jahr dann rein starten. mit niedrigeren Zinsen, mehr Kapital, was den Markt führt, einen positiven ETF. Und dann bin ich auch akkord, dass wir Preise bis 100.000 US-Dollar sehen könnten. 2024, 2025. Aber wie gesagt, das wäre das bearish-Szenario. Behaltet es einfach mal gerne im Kopf. Gerne, wie gesagt, eure Meinung dazu würde mich riesig oder brennend interessieren. Ob ihr sagt, absoluter Schmarr, den ich hier erzähle, oder sagst, hm, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber danke, dass du es mir erzählt hast. Also, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar unten ranlasst, Abo, Like da lasst und wie gesagt, eure Meinung. Und bitte, das jetzt alles nicht zu vollnehmen. Es sind Möglichkeiten, ich mache gerne mal solche Videos, so wie, ich werde auch Ende des Jahres nochmal so ein Video machen, wo ich dann sage, okay, das sind so meine Prognosen, so für 2024, so wie wir es für 2023 gemacht haben. Aber das ist einfach so ein Punkt, viele haben diesen Run nicht mitgemacht, einschließlich mir oder auch ein Vergangenheitses. Wir hatten immer wieder diese Kurs-Dumps, wo wir erst den Boden hatten, Rallye und dann wieder diesen Dump. Also, es wiederholt sich immer, immer wieder, nur in längerwährigen Zeitabständen. Und es würde alles sehr, sehr gut passen. Wie gesagt, das war es von mir. Wir hören uns beim nächsten Video wieder und damit würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.